Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag. Gestern gab es ja kein Update-Video, ich habe euch gesagt, wegen der Fett-Entscheidung. Mittlerweile ist die Fett-Entscheidung, sage ich mal, raus. Es hat sich wenig geändert. Klar, es war bekannt, das Tapering soll zurückgefahren werden. Ich bilde mir jetzt ein, um 30 Milliarden US-Dollar soll es runtergefahren werden. Es waren aber alles bekannte Sachen. Nur gestern war mir das einfach zu risikoreich, ein Video rauszuhauen. Und nur um euch das Gleiche zu sagen, was ich einen Tag davor gesagt habe, wollte ich jetzt einfach nicht noch ein Video drehen. Im Endeffekt, es hat sich wenig geändert. Es kam einfach auf diese Zinsentscheidung raus. Und wir können das auch schön im Kursverlauf sehen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch gleich an mit der Bitcoin-Shart-Analyse. Beziehungsweise, ganz kurzer Reminder, heute Abend, 18.00 Uhr, 18.30 Uhr, auf dem YouTube-Kanal gibt es einen kleinen Livestream. Machen wir so eine Stunde wieder ganz entspannt. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie gerne in die Telegram-Gruppe. Link zur Telegram-Gruppe ist unten in der Videobeschreibung. Oder schreibt sie unter das Video. Wir schauen uns dann heute Abend alles ganz genau nochmal an. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit Bitcoin an. Momentan traden wir bei ungefähr 48.800 US-Dollar. Aber wir sehen hier jetzt nochmal diese Fett-Entscheidung. Also wir hatten einen kurzen Abverkauf, so kurz vor dieser Zentralbank-Geschichte, sage ich mal, auf ungefähr 46.500 US-Dollar nochmal runter. Dann kamen die News raus, wir hatten den Pump, weil es alles einfach wie erwartet war. Wir hatten natürlich vorher die Unsicherheit. Jeder hat gedacht, okay, kommt jetzt irgendwas Unbekanntes auf uns zu. Ist es nicht. Im Endeffekt alles wie geplant. Wir hatten den Push nach oben. Sind auf den Einstunden-Chart zumindest über den 200er SMA gekommen. Bilden jetzt hier momentan eine Bull-Flag. Beziehungsweise wir sind bereits ausgebrochen, sind dann nochmal in die Bull-Flag gefallen, haben hier die Einstunden-EMA-Ribbons nochmal als Support bestätigt und befinden uns jetzt wieder knapp über dieser Bull-Flag, über den Widerstand. Technisches Preisziel wäre hier bei ungefähr 51.600 US-Dollar. Und genau hier liegt unser riesiges Falling-Vedge, also unser Falling-Vedge-Widerstand, der auch noch im Weg ist. Würde auch ungefähr hier wieder mal passen mit unserem Golden Pocket, was bei ungefähr 52.000 US-Dollar liegt. Also ihr seht, hier ist eine Menge, Menge Widerstand und zuvor müssen wir auch noch hier über unsere quere Widerstandslinie kommen bei ungefähr 49.900 US-Dollar. Also wir haben noch eine Menge Widerstand. Wir gehen jetzt auch mal kurz in den 4-Stunden-Chart. Auch hier, wir hatten ja, ich habe es euch gerade gesagt, nochmal diesen kleineren Abverkauf. Genau auch hier die 4-Stunden-EMA-Ribbons nochmal angetestet in den allerletzten. Jetzt wird es natürlich interessant. Können wir hier wirklich das halten und flippen wir sogar die EMA-Ribbons in grün um, also in Bullish. Also das ist jetzt das, worauf ich jetzt auf jeden Fall die nächsten Stunden auf jeden Fall achten werde und was auch sehr interessant sein wird. Wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Push. Ansonsten sehe ich hier nochmal diesen Bereich von 46.500 US-Dollar, was auf jeden Fall nochmal im Bereich des Möglichen ist. Mehr gibt es momentan bei Bitcoin eigentlich nicht zu sagen. Ich kann es nochmal ganz kurz rauszoomen. Ihr seht hier einfach nochmal das riesige Falling-Vedge-Pattern, was wir hier einfach noch haben, wo mir der Bull-Fleck perfekt übereinstimmen würde. Also ihr kennt jetzt die Widerstände. Schauen wir uns bei Ethereum auch nochmal an. Auch hier kleiner Abverkauf am Abend bis auf ungefähr 3.650 US-Dollar. Dann der Push nach oben. Mittlerweile sind wir bei 4.060 US-Dollar. Auch hier kommen wir jetzt in den Widerstandsbereich. Wir sind schon knapp über das 0,5er gekommen plus den Monthly S1. Wurden dann aber wieder abverkauft. Also wir haben dieses Level bisher noch nicht halten können. Das ist jetzt auf jeden Fall extrem wichtig für die nächsten Stunden, dass wir hier rüber kommen und dann in Richtung Golden Pocket einen Anlauf starten, wo auch unser 2.0 SMA liegt. Also wir haben hier eine Menge, Menge Widerstand in diesem Bereich hier. Müssen wir mal schauen, ob wir das halten können, beziehungsweise ob wir hier wieder rejected werden. Das sind jetzt so die Widerstände, wo ich jetzt erstmal sehe die nächsten Stunden. Und ansonsten gibt es auch wenig bei Ethereum eigentlich zu sagen. Wir können auch hier mal ganz kurz in den 6-Stunden-Chart gucken. Wir hätten jetzt hier, wo wir momentan rejected worden sind, also in diesem Bereich hätten wir auch nochmal eine kleine 6-Stunden-Supply, die wir auch erstmal durchbrechen müssen. Aber auch hier momentan gibt es nicht mehr zu sagen. Die 4-Stunden-E-Mail-Ribbons haben wir durchbrochen, testen wir momentan als Support. Das ist wichtig. Gut, schauen wir uns Cardano, unseren Stablecoin an. Wir sind hier über die 4-Stunden-E-Mail-Ribbons gekommen, auch mit einem ansteigenden Handelsvolumen auf jeden Fall, was schon mal wichtig ist. Und momentan bestätigen wir die 4-Stunden-E-Mail-Ribbons auch als Support. Wichtig ist, dass wir dieses Level halten können. Sollten wir hier wieder drunter fallen, sehe ich auch hier nochmal den Bereich um 1,20 Dollar, auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Auch weil wir hier in diesem Bereich nicht nur eine riesige Support-Zone haben, sondern auch nochmal eine kleine 4-Stunden-Demand-Zone. Also das sind so die Zonen, wo auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit besteht, dass wir sie anlaufen. Schauen wir uns Dogecoin an. Wir hatten den Elim-Pump mal wieder, wurde wieder rasch abverkauft, so wie immer. Im Endeffekt, das sind nur ganz kurzfristige News. Wer solche News-Pumps mitkriegt, sage ich mal, und sofort einsteigt, hat da Glück. Aber wer dann zu spät einsteigt, natürlich sehen wir hier, sofort wieder rejected worden. Also ich wäre vorsichtig mit solchen News-Pumps einfach. So, schauen wir uns Polkadot an. Polkadot könnte jetzt auch langsamer seinen Boden erreicht haben, nachdem wir hier auch eine Bullish-Divergence haben, also tiefere Tiefs im Chart, höheres hoch im RSI, zumindest im 4-Stunden-Chart. Auch hier kämpfen wir momentan mit dem 4-Stunden-Email-Ribbons. Wäre auch hier Bullish, wenn wir hier endlich mal einen impulsiven Move nach oben, ne? So. Einen impulsiven Move nach oben sehen, den S1 nochmal als Support antesten und dann nach oben steigen. Das sind so die Zonen, die momentan für mich entscheidend sind, vor allem bei den Altcoins. Uniswap, wenig Bewegung. Auch hier wurde ich schon mal gefragt, wie momentan meine Meinung dazu ist. Ihr seht, absoluter Downtrend hier momentan, noch 4 Stunden EMA-Ribbons. Und so sieht es eigentlich momentan noch bei den meisten Altcoins an. Wir können uns Luna angucken. Luna hatten wir auch gestern in der Trading Competition, in der exklusiven Gruppe, die wir da aufgemacht haben. Also der hat ordentlich gezogen. Kurz vor dem 200er SMA haben wir den Trade aufgemacht und ich habe dann irgendwann hier oben, habe ich ihn dann beendet, bei ungefähr, ich glaube 58 oder so, lieber zu früh raus. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Mittlerweile sind wir hier bei 65 US-Dollar. Wir hatten hier eine schöne Reaktion, einerseits vom 200er SMA, von unserer 4-Stunden-Demand-Zone. Wir hatten hier einfach, und den Monats-Pivot hatten wir hier auch noch drin. Also eigentlich im Endeffekt ein kostenloser Trade, wenn man es so sieht. Ich habe es euch oft genug gesagt, die Möglichkeit bestünde. Genau. So. Was können wir uns noch angucken? Schauen wir uns noch IOTA an. IOTA und Cardano kommt dann übrigens noch bei CryptoGuru eine ausführliche Chartanalyse, auch hier. Wir sehen die Bullish Divergence hier unten, die ich eingezeichnet habe, über die 4 Stunden EMA-Ribbons. Momentan kämpfen wir hier mit dem Monats-S1. Wäre wichtig, dass wir hier auf jeden Fall drüber kommen. Ein bisschen konsolidieren vielleicht und dann den nächsten Schritt hier in Richtung 200er SMA bei 1,28 Dollar starten. VeChain. VeChain auch im kompletten Downtrend. Ich verstehe nicht, warum die Linie hier ein bisschen verkehrt ist. Aber auch hier, wir haben den Downtrend jetzt erst einmal ein bisschen durchbrochen. Wir hatten hier eine schöne Reaktion bei ungefähr, wo haben wir es denn? 0,0745 mit Volumen und danach ging es einfach wieder seitwärts. Also es ist kein impulsiver Move, den ich mir wünsche, wenn wir so einen Downtrend-Kanal verlassen. Fällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich. Also hier wäre ich auch weiterhin noch vorsichtig. Schauen wir uns XRP an. XRP hat den Downtrend auch verlassen. Ganz minimal aufkommendes Handelsvolumen beziehungsweise Kaufvolumen, aber ist jetzt auch nicht das Halbe vom Ganzen. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Auch hier weiterhin Vorsicht geboten. Schauen wir uns auch Mana an. Weiterhin Downtrend. Nichts Spektakuläres, sage ich mal hier. Das ist jetzt ein bisschen kacke eingezeichnet. Das ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Vier Stunden hier mehr Ribbons sollten wir ja auch mal impulsiv nach oben zumindest in Richtung 3,89 Dollar zum 200er SMA kommen. Ansonsten auch hier wenig zu sagen. Gut. Schauen wir uns auch die News an. Gibt es momentan keine. Verständlich. Der Markt ist momentan ruhig nach dieser FED-Entscheidung. EZB hat glaube ich vorhin auch noch mal ihren Kauf, sage ich mal, bestätigt. Weiterhin die Zinsen bleiben bei 0%, so viel ich mitbekommen habe. Anleihenkäufe sollen glaube ich zurückgefahren werden, wobei das auch ein bisschen komisch ist. Erst 20 Milliarden im zweiten Quartal dann wieder auf 40 Milliarden erhöhen und dann auf 30 Milliarden. Keine Ahnung, was die fabrizieren. Auf jeden Fall ist es gut für den Markt. Es wird weiterhin Geld gedruckt. Bis zum geht nicht mehr. Schauen wir mal, was da jetzt auf längere Sicht bei uns rauskommt. Wie gesagt, mehr gibt es momentan nicht zu sagen. Ich würde damit das Video beenden. Wir hören uns dann heute Abend beim Livestream. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle dabei seid. 18 Uhr, 18.30 Uhr werde ich dann noch in der Telegram-Gruppe genau dazusagen, wann. Ich freue mich auf jeden Fall. Wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und wie immer, stay crypto.